Setzen Sie ein. Ich bin, ich wohne, ich bleibe. Ich bin zu Hause. Bei ihr. Am Meer. In Dubai. Weg. Bei Sarah. Im Supermarkt. Auf dem Markt. Im Park. Bei Tina. Auf der anderen Seite. Drüben. Dort. Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Auf dem Stall. Im Zoo. Im Bad. Oben Beim Arzt Draußen In Paris Beim Schwimmen Am Strand Im dritten Stock Beim Essen In der Bibliothek Im Café In Indonesien Im Irak Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Dann gebt mir bitte ein Like und teilt es. Und bis bald. Ciao! Und es wäre super, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Setzen Sie ein. Adjektive Die laute Straße Die nette Frau Der alte Mann Ein neues Auto Die großen Probleme Die trüben Aussichten Das dunkle Zimmer Das dunkle Zimmer Eine langweilige Übung Eine langweilige Übung Das offene Geheimnis Das offene Geheimnis Eine einmalige Chance Ein neues Handy Ein neues Handy Ein hässlicher Pullover Die vorige Woche Die vorige Woche Der neue Fahrplan Der neue Fahrplan Ein öder Text Ein öder Text Ein öder Text Die letzte Sendung In guter Lage In guter Lage Häufiger Besuch Ewige Diskussionen Ein Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat Und ihr es mögt Dann gebt mir ein Like und teilt es Das Video war ein bisschen schwierig Unten in der Beschreibung Findet ihr einen Link Zur Adjektiv-Tabelle Dort könnt ihr einfach nochmal nachlesen Wie man das genau macht Bis dann Tschüss Setzen Sie ein Präpositionen Wo ist An Ort und Stelle In der Mitte Am Computer Im Radio An der Ecke Oder in der Ecke In oder an der Reihe In der Hand Auf der Landkarte Auf dem Stuhl Im oder auf dem Land Im Krankenhaus Auf dem Boden In einer Reihe Auf dem Bildschirm Auf dem Bildschirm Auf oder an der Autobahn Am Telefon An der Decke An der Decke Am Himmel Auf der Straße Am Anfang 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 Am Flughafen, am Strand, in der U-Bahn, bei Freunden, an der Küste, auf dem Fußweg, im Flugzeug. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Setzen Sie ein. In diesem Video sehen wir uns Nomen Verb und andere Verbverbindungen an. Abschied nehmen von Dativ. Angst bekommen vor Dativ. Angst haben vor Dativ. Ärger machen. Bescheid geben. Bescheid sagen. Blut saugen. Den Mut verlieren. Eine Wut haben auf. Akkusativ. Eis laufen. In die Hose gehen. In Not sein. Oder in Not geraten. Kennenlernen. Kennenlernen. Lieben lernen. Lieben lernen. Lieben lernen. Liegen lassen. Maßnahmen ergreifen. Mit dem Auto fahren. Mut fassen. Mut fassen zu tun. Pleite sein oder pleite gehen. gehen. Probe fahren. Sein lassen. Sein lassen. Sitzen lassen. Sitzen lassen. Skifahren oder Skilaufen. Spazieren gehen oder spazieren fahren. Staubsaugen. Staubsaugen. Stecken bleiben. Stecken bleiben. Zur Verfügung stehen oder stellen. In einem der nächsten Videos, wenn ihr alles gelernt habt, werden wir dazu auch Sätze sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein Artikel der, die, das. Die Nomen in diesem Video sind wichtig. Es wäre gut, wenn ihr euch den Artikel gut merkt. Leider folgen sie keiner Regel. Der Ball. Das Buch. Die Kuh. Der Vogel. Der Garten. Der Garten. Der Wald. Das Lied. Das Lied. Die Mutter. Der Vater. Der Stuhl. Der Vater. Das Tuch. Der Saft. Das Bild. Der Staat. Der Staat. Der Ast. Der Geist. Oft. Der Tod. Der Satz. Der Korb. Der Satz. Der Korb. Der Bach, der Gast, das Haus, die Nacht, der Mann, der Zug, das Thema, die Maus, das Museum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. 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 Bad, auf den Markt, zum Essen, hier könnte man auch sagen nachessen, wenn es um die Stadt essen geht, auf den Balkon, unter die Dusche, auf den Spielplatz, an den Rhein, in die Türkei, ins Bett, nach draußen, auf die Terrasse, ins Regal, hier kann man auch sagen zum Regal, ins Café, zum Bäcker, in die oder zur Schule, nach Japan, zum Spielen, zum Friseur, zu meiner Freundin, in den Zoo, in den Park, nach Algerien, Ich hoffe das Video hat euch gefallen, dann gebt mir ein Like und teilt es, bis dann, Ciao! Ich hoffe das Video hat euch gefallen, damit ich einen Schatten, schenke mich und meine ich in den Rhein, in den Rhein, bis dann auf dem Rhein, bis dann auf dem Rhein, bis dann auf dem Rhein, in den Rhein, bis dann auf dem Rhein, Untertitelung des ZDF, 2020